Kurt Alois Josef Johann Schuschnigg war während der Zeit des von ihm als Justizminister mit konzipierten austrofaschistischen Ständestaates vom 29. Juli 1934 bis zum 11. März 1938 diktatorisch regierender Bundeskanzler des Bundesstaates Österreich. Ab 1936 übernahm Schuschnigg auch die Führung der österreichischen Einheitspartei Vaterländische Front und führte den Titel Bundeskanzler und Frontführer. Nach dem Anschluss Österreichs wurde er von den Nationalsozialisten bis 1945 als sogenannter Schutzhäftling in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er Bürger der Vereinigten Staaten und war dort als Professor für Staatsrecht tätig. 1968 kehrte er nach Österreich zurück, wo er 1977 starb. Leben. Herkunft. Schuschnigg war Sohn einer in Tirol ansässigen altösterreichischen Offiziersfamilie, die am 2. April 1898 in den Adelsstand erhoben wurde. Die Wurzeln der Familie liegen am Ratsberg bei Klagenfurt. Die Familie war slowenisch-kerntnerischer Abstammung. Junge Jahre und Politik. Kurt Schuschnigg besuchte das Jesuitengymnasium Stella Matutina in Feldkirch. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Freiburg im Breisgau und Innsbruck eröffnete er 1924 ein Rechtsanwaltskanzlei. In Innsbruck war er seit 1919 Mitglied der katholischen Studentenverbindung AV Austria-Innsbruck, damals im CV, heute im ÖCV. Weiter war er einer der Stifter der K.A.V. Reno Danubia Innsbruck. Gleichzeitig engagierte er sich auch in der christlich-sozialen Partei. Von 1927 an war er der jüngste Abgeordnete im Nationalrat. Da er der Heimwehr misstraute, gründete er 1930 einen eigenen Kampfverband, die betont katholischen und antisemitischen ostmärkischen Sturmscharen. 1926 heiratete er Hermann Maserat, mit der er einen Sohn hatte. Sie verstarb am 13. Juli 1935 bei einem Autounfall in der Nähe von Pechling bei Linz. Justizminister gegen die Demokratie 1932 wurde er Justizminister im Kabinett von Bundeskanzler Karl Burr-Esch bzw. in der Bundesregierung Dolph Hussi. Schon damals wurde in der Bundesregierung offen über die Beseitigung der Demokratie diskutiert. Schuschnig wird im Protokoll des Ministerrats vom 17. Juni 1932 unter Vorsitz Dolph Huss mit der Wortmeldung erwähnt. Die Regierung stehe vor der Entscheidung, ob sie es weiter verantworten könne, mit dem Parlament zu arbeiten und ob der nächste Kabinettswechsel nicht gleichbedeutend mit der Ausschaltung des Parlaments sein müsste. 1933 wurde Schuschnig zusätzlich Unterrichtsminister. Die 1920 abgeschaffte Todesstrafe wurde auf sein Betreiben mit dem Standrecht vom 11. November 1933 wieder eingeführt. Arbeitermord oder FUPAs Nach dem auch als Bürgerkrieg bezeichneten Februaraufstand 1934 weigerte sich Schuschnig in seiner Eigenschaft als Justizminister. Dem Bundespräsidenten Gnadengesuche von Februarkämpfern vorzulegen. Vielmehr ließ Schuschnig als abschreckendes Beispiel, um die Kämpfe schneller zu beenden, acht der Dutzenden Todesurteile sofort vollstrecken. Unter anderem am schwer verwundeten Karl Münichreiter. Dolph Huss und Schuschnig wurden daher von der Sozialdemokratie noch Jahrzehnte später Arbeitermörder genannt. Viele Jahre später bezeichnete Schuschnig in einem Fernsehinterview Münichreiters Hinrichtung als FUPAs. Bundeskanzler 1934 bis 1938 Innenpolitik. Nachdem Engel Baddolf Husser das Parlament ausgeschaltet. Alle Parteien verboten und den Verfassungsgerichtshof lahmgelegt hatte, beim Juli Putsch vom österreichischen Nationalsozialistenplan Etter ermordet. Worden war, folgte ihm Schuschnig 1934 im Amt des Bundeskanzlers. Mit 36 Jahren bei Amtsantritt war er bis heute der jüngste österreichische Bundeskanzler. Von 1934 bis 1936 wohnte er im Palais Augaten, dann bis März 1938 in einem Seitenflügel des oberen Belvederes in Wien. Die Regierung Schuschnigs wird in der Forschung wechselweise als Halbfaschismus, halbfaschistische Diktatur. Klerikalfaschismus oder Austrofaschismus bezeichnet. Widolf Huss diktatorisch regierend, versuchte Schuschnig den austrofaschistischen Ständestaat nach seinen Vorstellungen zu formen. Was ihm aber nicht gelang. Er versuchte, Österreich als zweiten, christlichen, besseren deutschen Staat, als es das Deutsche Reich war, zu positionieren. Im September 1934 erreichte die Zahl der politischen Häftlinge, die in Anhaltelagern und Notarresten festgehalten wurden. 13.338 Insgesamt wurden rund 16.000 Österreicher aus politischen Gründen im Ständestaat inhaftiert. Im Mai 1935 erließ er das Bundesgesetz zum Schutze des Ansehens Österreichs, mit dem vor allem ausländische Presseerzeugnisse verboten werden konnten. Außenpolitik auf eine Schutzmacht angewiesen, begab er sich in noch stärkere Abhängigkeit von Benito Mussolinis Italien, als dies schon unter Dollfuß der Fall gewesen war. Nach der Besetzung Äthiopiens benötigte der international isolierte Mussolini aber Hitlers Rückendeckung, wodurch Österreich unter immer stärkeren Druck des Deutschen Reichs kam. 1936 kam es daher zum sogenannten Julia-Abkommen, in dem Hitler zwar die Souveränität Österreichs anerkannte und die 1000 Mark Sperre aufhob, dafür aber verlangte, dass die österreichische Außenpolitik der Deutschen entsprechen müsse. Zusätzlich wurden die dem Nationalsozialismus nahestehenden Politiker Edmund Gleeshorstenau und Guido Schmidt in die Regierung aufgenommen. Viele Nationalsozialisten mussten im Rahmen der Einheitspartei Vaterländische Front unter dem Deckmantel des sogenannten volkspolitischen Referats oberflächlich ins Regime integriert werden. In einem geheimen Teil dieses Julia-Abkommens wurden viele zuvor verbotene nationalsozialistische Zeitungen wieder erlaubt. Unter anderem wurde durch diesen Schritt der Untergang des Austrofaschismus eingeleitet. Schwierigkeiten hatte Schuschnigg auch mit den Vertretern der Heimwehr in der Regierung. Anschluss Hitler erhöhte seit Anfang 1938 den Druck. Am 12. Februar 1938 wurde Schuschnigg von Hitler auf den Berghof zitiert zum Diktat des Berchtesgadener Abkommens. Hitler zwang Schuschnigg den Nationalsozialisten Arthur Seyss-Inquad als Innenminister in sein Kabinett aufzunehmen. Ein Angebot der illegalen Sozialdemokraten zur Unterstützung des Kampfes für die Unabhängigkeit Österreichs lehnte Schuschnigg ab. Da die Sozialdemokraten die Wiederzulassung ihrer Partei und freier Gewerkschaften zur Bedingung machten. Am 24. Februar 1938 beschwor er in einer öffentlichen Rede die Unabhängigkeit Österreichs bis in den Tod. Rot-Weiß-Rot Österreich Anführungszeichen Inhalt und Ton von Schuschnigg's Rede lösten bei Hitler erste Irritationen aus. Schuschnigg versuchte noch eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Österreichs abzuhalten, welche selbst von den illegalen Sozialdemokraten und Kommunisten unterstützt worden wäre. Sie wurde von Schuschnigg am 9. März publik gemacht und sollte am Sonntag, dem 13. März 1938, abgehalten werden. Ein Überraschungsgup, der administrativ in keiner Weise vorbereitet war. Die Frage sollte lauten, ob das Volk ein freies und deutsches, unabhängiges und soziales, ein christliches und einiges Österreich wolle oder nicht. Schuschnigg unterließ es, dazu das Kabinett zu befragen, wie es in der Verfassung anlässlich einer Volksabstimmung vorgeschrieben war. Die Stimmauszählung sollte allein von der Vaterländischen Front vorgenommen werden. Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes sollten am Tage vor der Wahl in ihren Abteilungen geschlossen unter Aufsicht zur Wahl gehen und ihre ausgefüllten Wahlzettel ihren Vorgesetzten offen übergeben. Außerdem sollten in den Wahllokalen nur Stimmzettel mit dem Aufdruck Ja ausgegeben werden, also ein Ja zur Unabhängigkeit. Innenminister Seis-Inquart und Minister Glees-Horstnenau erklärten ihrem Bundeskanzler unverzüglich, dass die Abstimmung in dieser Form verfassungswidrig sei. Ob das Plebiszit nun eine Flucht nach vorn des österreichischen Kanzlers war oder ein schwerer Fehler. Hitler änderte nun seine Strategie und ging nun daran, sein Ziel sofort zu erreichen. Er befall die Mobilmachung der für den Einmarsch vorgesehenen 8. Armee und wies Seis-Inquart am 10. März an, ein Ultimatum zu stellen und die österreichischen Parteianhänger zu mobilisieren. Hitler befürchtete offenbar, die Abstimmung könnte eine Mehrheit gegen den Anschluss erbringen. Unter dem Druck Berlins musste Schuschnigg die Volksabstimmung am 10. März absagen. Am 11. März, als die österreichischen Nationalsozialisten bereits vielerorts die Macht übernahmen und deutsche Polizeiexperten per Flugzeug in Wien eintrafen, wurde Schuschnigg zum Rücktritt gezwungen. Die Kanzlerschaft übernahm für drei Tage Seis-Inquart, nachdem es Bundespräsident Wilhelm Miklas nicht gelungen war, einen nicht-nationalsozialistischen Kanzlerkandidaten zu finden. In Schuschnigg's Rundfunkrede vom Abend des 11. März 1938 fielen die oft zitierten Worte, mit denen er vor der Welt festhielt, dass die Regierung vor der Gewalt weiche, dass er aber unter keinen Umständen deutsches Blut vergießen wolle. Er schloss mit den Worten, Gott schütze Österreich. Am 12. März überschritten Truppen der deutschen Wehrmacht die Grenze und marschierten ohne Widerstand in Österreich ein. Die Bundesregierung Seis-Inquart vollzog den Anschluss Österreichs am 13. März im Gleichklang mit der Reichsregierung in Berlin per Gesetz. Bundespräsident Miklas wollte dieses Gesetz nicht unterzeichnen und trat zurück, da die Rechte des Bundespräsidenten in diesem Fall auf den Kanzler überging. Unterzeichnete es Seis-Inquart als Staatsoberhaupt und als Bundeskanzler, beide Ämter gingen durch das Gesetz unter Häftling der Gestapo in Wien. Schuschnigg stand von nun an im Belvedere Unterhausarrest und wurde ab Ende Mai von der Wiener Gestapo im ehemaligen Hotelmetropole. Dem Wiener Gestapo-Hauptquartier inhaftiert kurz darauf heiratete er als Häftling in zweiter Ehe Vera, geborene C. Zernin von Schudenitz. Sie war 1937 von Leopold Graf Fugger von Babenhausen geschieden worden. Die Ehe war außerdem kirchlich annulliert worden. Mit Vera hatte Schuschnigg später eine Tochter. Die Haftbedingungen waren in Wien schlecht und schikanös. Außerdem galt Schuschnigg als suizidgefährdert, weshalb er ständig beobachtet wurde. Als er im Herbst 1938 nach München verlegt wurde, wog der 1,83 Meter große Schuschnigg knapp mehr als 40 Kilo. Schuschnigg wurde im Reichssicherheitshauptamt in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin verhört und danach in mehreren Konzentrationslagern. Inhaftiert erst in Dachau, dann in Flossenbürg und ab 1941 schließlich Sachsenhausen. Im KZ Sachsenhausen durfte er in einem separaten Haus leben, wohin ihn seine Frau und seine Kinder, die nicht inhaftiert waren, begleiteten. Wie anderen inhaftierten wichtigen Politikern, Sozialisten und evangelischen Kirchenführern wurde Schuschnigg prominenten Status zu erkannt. Der bevorzugte Behandlung bzw. einige Hafterleichterungen bedeutete. Eine sogenannte Ostarbeiterin besorgte den Haushalt und begleitete Schuschnigs Frau zu Einkäufen in die Stadt. Schuschnigs Sohn Kurt ging täglich aus dem KZ Sachsenhausen ins Gymnasium und nächtigte später während seines Marine-Dienstes im Urlaub bei seinem Vater. Das Zugeständnis, mit dem Häftling leben zu dürfen, setzte bei der Familie die Bereitschaft voraus, über das KZ und den Aufenthalt Schuschnigs absolutes Stillschweigen zu bewahren. Schuschnigg hatte angeblich auch die Möglichkeit, seine Möbel und seine umfangreiche Bibliothek in das von ihm bewohnte Haus im KZ bringen zu lassen. Die Ernährung soll aus Diplomatenverpflegung mit täglich einer Flasche Wein bestanden haben. Diese Vergünstigungen wurden in Hinblick auf den nach dem Endsieg geplanten Schauprozess gegen Schuschnigg gewährt. Der internationalen Nachkriegsöffentlichkeit sollte damit die Großzügigkeit des Dritten Reiches selbst gegenüber seinen Feinden bewiesen werden. Am 24. April 1945 wurde Schuschnigg mit über 130 anderen prominenten Sonder- und sieben Häftlingen aus dem KZ Sachsenhausen evakuiert. Unter dem Befehl von SS-Obersturmführer Edgar Stiller und SS-Untersturmführer Bader, die den Auftrag hatten, Die Gefangenen im Zweifelsfall zu liquidieren, brachen sie mit Bussen und Lastwagen zu einer Odyssee in die Dolomiten auf. Im Südtiroler Niederdorf zwang am 30. April der Wehrmachtshauptmann Wichert von Alvensleben mit seiner Kompanie die SS zur Aufgabe und zum Abzug. Mit den anderen zusammen wurden am 4. Mai 1945 Schuschnigg, seine Frau Wehrer und Tochter Elisabeth von den Amerikanern entgültig befreit. Amerikanischer Staatsbürger 1948 übersiedelte Schuschnigg von Italien in die Vereinigten Staaten und wurde Professor für Staatsrecht an der St. Louis University, Missouri. Er erwarb auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1968 kehrte er nach Österreich zurück, betätigte sich aber nicht mehr politisch. Schuschnigg verbrachte seine letzten Lebensjahre in Tirol. Nach seiner Rückkehr wurde Schuschnigg für den Bruch mit der demokratischen Verfassung von 1929 still, den er schon als Justizminister unter Engelbert Dolfu systematisch herbeigeführt hatte, von der österreichischen Justiz nicht zur Verantwortung gezogen. Die Bereitschaft, sich mit seinen politischen Entscheidungen bis 1938 kritisch auseinanderzusetzen, blieb gering. Schriften Dreimal Österreich Verlag Thomas Hegner Fien 1937 Ein Requiem in Rot-Weiß-Rot Aufzeichnungen des Häftlings Dr. Auster Amstutz Zürich 1946 Österreich Eine historische Schau Verlag Thomas Morus Sahnen 1946 Im Kampf gegen Hitler Die Überwindung der Anschluss-Jede Amalte Affin 1988 ISBN 3-85002-2560 Die T-Binder sofort vernichten Die vertraulichen Briefe Kurt und Vera von Schuschnigg 1938 bis 1945 Amalte Affin 1997 97 ISBN 3-85002-393-1 Film Das Schicksal der sogenannten prominenten Sippen-Häftlinge U. A. Auch Schuschnigg's kurz vor Kriegsende wurde in einer zweiteiligen ZDF-Arte-Drama-Dokumentation Wir, Geiseln der SS verfilmt, die in zwei Teilen zu je 52 Minuten am 7. April 2015 in Atte und am 14. April 2015 als 45-minütige Zusammenfassung Wir, Geiseln der SS-Odyssee vor Kriegsende im ZDF zum ersten Mal ausgestrahlt wurde Für den ORF wurde eine 90-minütige Version erstellt, die am 10. April 2015 Premiere hatte Für die Sendung vor Kriegsende im ZDF gen кровppt